haa mal kurz deaktivieren ach super hallo machst du mal was Gold, wieso kriege ich jetzt nur noch Gold, wenn ich hier eigentlich gerne irgendwie was anderes gebrauchen könnte. Okay, ich muss da hin. Persönlich komme ich hier nicht vorbei. Ja, doch jetzt. Ganz klar. Aber natürlich. Oh, schnappt ihr das? So. Wieso wurde ich jetzt getroffen? Da oben ist der Ausgang. Da gehen wir hier in die Mitte rein, da sind wir sicher. Ich habe jetzt gar keine Heilung, ne? Leider nicht. Leider nicht. Äh, oh ne, ich kann hier bleiben. Ich muss jetzt noch warten. Äh, gut. Ach, die bewegen sich natürlich. So. Schinkenbrot, das ist gut. Halt ich mal was benünftiges. Dörfleisch. Muss ich nicht zwingend haben, aber ist okay. Schinkenbrot, das ist gut. So. Schinkenbrot, lass mich mal in Ruhe. So. Das ist natürlich. Autsch. Nein. Nein, ich habe doch noch nicht den Knopf gedrückt. Okay, machen wir mal so. So, deaktivieren die beiden. Ja, so ein Heilungspunkt ist nicht schlecht. Muss man schon sagen. Toll. Jetzt geht, jetzt geht uns das jetzt auf die Nerven, aber warte mal, ich schmeiß mir mal ein Schinkenbrot zwischen die Luke. Und da ist der Ausgang. Nein, 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 lass mich hier durch, lass mich hier durch. Noch eine Runde wollte ich nicht warten. Nee, zieh kurz. So. Nächste. Tschüss, haha, du hast mich nicht getroffen. Okay, jetzt ist unten. Man steht auch ab und zu manchmal voll falsch. Komm her, schwebt durch die Wand. So. Konzentration. Dann sollte es klappen. Du sollst attackieren. Das hat klappen. Okay. Wieder das. Immer das aktivieren. Nee, andersrum. Das immer aktivieren. Ja. Ich habe gerade nicht gesehen. Habe ich irgendwie noch was? Ja, ich habe da noch Medizinkraut. Und Dörrfleisch. Nein. Okay. Äh. Was? Ja. Ja. es ist mir was anständiges medizin kraut vielen dank toll jetzt bin ich schon wieder auf der anderen seite ihr wollt mich doch verarschen aber es ist noch nicht vorbei es kommt noch eine ebene ich gehe schon mal hier natürlich natürlich aber natürlich dass man da getroffen wird ich gar nicht gesehen ja natürlich was ist das denn jetzt von der kacke jetzt das muss ich jetzt nur noch warten dass wieder aufteilt aufpassen sich nicht getroffen werde ich gehe schon mal jetzt auf der seite man hat zwar jede menge zeit aber dieses schlingen ich halte wenn man den nicht abschalten kann können die einen zum verhängnis werden hallo das war glück 50g was deaktivieren was mich mal hier schnell durchlaufen lasst mich hier durch lasst mich hier durch das klappt war das knapp scheiße ich habe gerade gar nichts oder doch ein bergreich alter war das knapp was zu hören ist das ich kann es deaktivieren so das war nur den weg zur truhe frei hätte auch gleichzeitig irgendwas deaktivieren können das was was so jetzt hier aus ich komme mich hier vorbei und da oben ist das ende haha natürlich muss ich erstmal den schalter betätigen aber dazu brauche ich die zeit die hatte ich ja jetzt nicht Foupon äh ernsthaft nur für den Foupon ne ne das mache ich dann nicht ich kann hier schon mal das hier weg machen eventuell mach ich das ich kann eh keine mehr aufnehmen äh na super toll äh ich hätte gerne mal ein Schutzteil äh jetzt habe ich die zeit aber ich bin auf der falschen Seite ne gut das geht nicht ich sag nix ich bin so schlecht was geht denn hier ab ey was geht hier ab ey das ist ja unfassbar das war ja das war ja nicht super von mir durchgedacht so Level 2 ok ok hm ja toll darf ich nochmal rein weil es ja so einen großen Spaß macht so so ich interessiere mich jetzt nicht mehr für die Truhen das kostet zu viel Zeit gut dass diese Dinger keine kein ähm wie heißt es gleich keinen Schaden verursachen so dann nehmen wir uns den Foupon so wenn wir den Foupon mit gehen hier hin äh machen dann das und das natürlich natürlich so da habe ich noch Zeit ja naja ach so ganz die Schalter und das hat noch ausgereicht so Bubi ist kaputt Bubi ist kaputt so die beiden sind deaktiviert dann gehen wir hier lang Foupon komm her komm her so was soll das das hier natürlich auf der anderen Seite wird es deaktiviert ist ja auch so logisch aber ist ok man muss es nicht verstehen wir mal einfach ok so das lässt sie mich mal bitte Das war knapp. Das war knapp. Gold! Ja, brauche ich doch schon lange. Ich riskiere jetzt gerade ziemlich wieder viel. Ich schütze mich mal. Vorsichtshalber. Was? Hab' ich gar nicht gesehen, dass das auf... dass das bei mir jetzt ist. Schinkenrot, das ist gut. Hm! Oh, gut. Schutz dabei. Medizinkraut. Okay. Ich will da durch, ich will da durch. Scheiß auf den Schaden jetzt. Gut. Ebene 3. Was willst du? Oh, blöde. Oh, das Feeding. Okay. Schlingpflanzer. Schlingpflanzer. Entdeckte dir. Passt du mal dazu. Aber natürlich. Ich komm' da jetzt nicht dran vorbei. Ich will da abpassen. Ich dachte, abpassen. Ah, Tatsache. Jetzt haben wir's gesehen. Wenn ich ein Level abkomme, dann... ...habe ich auch volles Leben. ...wieder. Nein, das war falsch. Lass mich doch mal hier durch. Meine Güte. Nein, das war falsch rum, ne? Verdammt. Verdammt. Lauf, 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 lauf. Das war falsch. Aber was? Lass uns die Truhe hinruhen. Äh, lassen wir die Truhe hinruhen. So. Schinkenbrot, das ist gut. Äh, dann holen wir uns... ...den hier. Da kommt einer von O. So, jetzt aber. So, einmal deaktiviert und dann sind wir wieder hier. Eine Güte. So. Nein, 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 nein. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Okay, oben lang. So, einmal kurz das deaktivieren. Äh, gut. Oben lauf. Komm mal her. Äh, okay. Wir können noch die Truhe besorgen. Wo noch was? Das ist gar nicht mal so verkehrt. Da ist das Ende. Hallo? So, einmal kurz... ...aktivieren. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Äh, äh, äh. Was mich erschreckt. Wir gehen da hin. So, was willst du, du Mini-Torado? Höh! Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Okay, das Ende. Und... ...lauf. Fertig. Hey. Das sind... Ja, diese Blumen, die Dr. Rickett braucht. Oh. 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 Aber natürlich kommt jetzt ein Boss. Aber natürlich. Was haben wir? Alraune. Was muss ich machen? Ich muss doch irgendwas machen. Ach, hier. Ach, hier. Ah, hallo. Au, 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 au. Was zur Hölle ist das für ein Boss-Fight? Ah, okay. Äh, äh, ich würde sagen, den Boss-Fight machen wir in der nächsten Aufnahme. Die Zeit ist leider gekommen. Die Zeit reicht leider nicht aus. Ich werde hier einen Safe-State setzen und dann versuchen wir den Gegner beim nächsten Mal. Vielleicht mit ein bisschen mehr, äh, Kraft hinter. Äh, ich war jetzt gerade ein bisschen sehr gefrustet, dass ich hier, ähm, so oft jetzt in den Vault-Dungeon abgekackt bin. Momentan werden die Dungeons immer schwieriger. Und ich werde immer leichtsinniger. Gut, äh, wenn es aber euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.